Die Schmuckstücke Über uneingeschränkte Macht verfügt Ich möchte die uneingeschränkte Macht besitzen, Noro Ich muss die Miraculous haben Niemand weiß, wo diese Miraculous zu finden sind Dich habe ich auch gefunden, kleiner Noro Und ein Miraculous Welche Macht besitzt es nochmal? Mit dieser Brosche kannst du jemandem Superkräfte verleihen Und diese Person zu deinem ergebenen Diener machen Und wie kann man Superhelden besser besiegen Als mit Superschurken? Aber Meister, die Miraculous Sollen nicht für böse Zwecke benutzt werden Ich möchte uneingeschränkte Macht besitzen Dein Miraculous gehört nun mir Ich bin jetzt dein Meister Und du musst mir gehorchen Ja, Meister Noro, die Flügel der Dunkelheit Mögen sich entfalten Von heute an werde ich bekannt sein Unter dem Namen Hawk Moth Meister 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 Dieser Gesang gehört zur Behandlung Meister Meister Vielen Dank, das reicht Wir sehen uns nächste Woche Meister Der Schmetterling ist Miraculous Ich habe seine Aura gespürt Ich dachte, es wäre für immer verloren Aber Meister Es war eine negative Aura Vielleicht ist es in die Hände einer dunklen Macht geraten Wir müssen Noro und sein Miraculous finden Wenn es in den falschen Händen ist Könnte es unvorstellbares Unheil über die Welt bringen Zeit, sich zu verwandeln Waze Bitte, Meister, sei vernünftig Du bist... Noch jung Erst 168 Jahre Aber du hast recht, Waze Ich schaffe es nicht länger alleine Wir brauchen Hilfe Marinette Dein Wecker klingelt schon seit einer Ewigkeit Du willst doch nicht am ersten Schultag nach den Ferien zu spät kommen Schon gut, Maman Ich komme Ich wette, dass Chloe wieder in meiner Klasse ist Das vierte Jahr hintereinander hältst du das für möglich? Definitiv Ich glückspilz Ach, Marinette Heute ist der erste Tag eines neuen Schuljahres Ich bin sicher, es wird alles gut Die sehen fantastisch aus Schön, dass sie dir gefallen Danke, Papa Ich bin sicher, dass sie allen schmecken Das will ich doch hoffen Und ich bin stolz auf dein neues Design Ups Hier Danke Na los Bis später Danke, Mademoiselle Oh je, das tut mir aber sehr leid Ist schon gut Sowas passiert mir dauernd Und ein paar sind ja noch da Mh, köstlich Oh, ich komme wieder zu spät Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag Herzlichen Dank, mein Kind Nino, wie wäre es, wenn du dich dieses Jahr mal in die erste Reihe setzt? Bis zum nächsten Mal D STR showing D Untertitelung des ZDF, 2020